hallo liebe youtube zuschauer ich bin alles der kombinator und willkommen bei mir auf meinem youtube kanal alex der kombinator liebe youtube zuschauer ich mache hier praktisch eine vorankundigung morgen wird hier an dieser stelle erstes internationales karussellfestival stattfinden wo auch viele leute aus ausland kommen aus frankreich holland und einigen anderen ländern und ich werde auch morgen dabei sein und ich möchte das auch alles filmen wir haben heute 31 august 2023 das heißt morgen 1 september wird es losgehen und dieser festival wird drei tage andauern von 1 bis 3 september natürlich wie schon gesagt habe möchte ich dabei sein und alles mit meiner kamera aufnehmen liebe youtube zuschauer ehrlich gesagt weiß ich gar nicht was morgen auf uns zukommt es ist erstes internationales karussellfestival und deswegen wissen wir gar nicht was morgen auf uns zukommt und außerdem gab es auch nicht so viele informationen darüber was morgen präsentiert wird und ich werde sowieso dabei sein äh und äh und Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.